was es allerdings auch gab, das waren Strumpfhosen für Männer also diese Baumwollstrumpfhosen, die musste ich auch als Kind tragen und als Kind waren die ja Hammer also im Winter vor allen Dingen wir haben ja stundenlang draußen gespielt, wir hatten richtige richtige, wie sagt man so wie Schlafsäcke, so Anzüge so Schneeanzüge, die waren wie Schlafsäcke waren die, wahrscheinlich aus einem Bestellkatalog hier kann man sehen dass die auch sogar für Männer, für erwachsene Männer waren und auch dieses Bild finde ich total gewagt, weil man natürlich hier seinen Schambereich sieht und das war früher vollkommen egal, ich habe mal ein Foto gefunden, ganz versteckt im Internet, von einer Bravo von 1976 und da ist eine junge Frau drauf und die hat nichts an oben und ich meine, das war früher normal, das lag in jedem Kiosk und das lag nicht bei den Playboy-Geschichten und dann das war Männer und das war ich